Willkommen am... Oh Gott. So. Wir sind in einer Höhle da. Aber es geht auch hier weiter. Das sind ein bisschen zu viele Trolle hier, die wir haben. Oh, eigentlich ging es sowieso nicht lang. Das Licht geht automatisch an. Das ist seltsam. Och nö. Nö. Oder vielleicht ja. Auf jeden Fall dwemerisch. Das ist mal ein fetter Geldbeutel. 47 war nicht so fett wie ich dachte. Aber was ist in der Troll drin? Nichts. Ah. Die sehen mich nicht. Ah, die haben mir einen Weg offenbart. Also ich seh nix. Mach mal so ran. Oh Gott, was für erbärmliche Kreaturen. Hier, guck mal. Das sind... Das ist alles, was von den Schneeelfen übrig blieb. Das ist ja fast schon der Sinn der Geschichte. Gut. Es haben sich zwei... Unmarkierte Wege offenbart. Oh, Justica, aber auch schön. Ja, vor allem, bevor ich nehme hier mit. Etwas, das Gift mitgenommen. Das wollte ich gar nicht. Schankwertkleidung. Was sollen sie hier... Oh Gott. Wir haben eins auf den Schankwert. Der arme Jäger. Ach, das ist ein Rundweg. Und ich hab's tatsächlich... Mann, das ist so dunkel. Du verpasst hier Wege ohne Ende. Lass mich durch. Fußruder. Ja, ich weiß schon, was ich tue. Einer hat's durchschaut. Ich war sicher, ich hätte irgendwas gehört. Oh, mein Gott. Es wird euch eine Lehre sein. Es sind noch viel mehr. Oh, mein Schleichen verbessert sich schön. Geheimnis entdeckt. Okay. Wir machen die Gegner Schank... Schanks. Och, nöt. Schaures. Ach so, das ist ein... Ach, sie hat sich ein Mensch geangelt. Mit denen sie jetzt hier kämpft. Das war sehr überzeugend. Oh. Einen Zombie-Mit mache ich auch immer gerne. Ich glaube, wir sollten mal speichern. Was meint ihr? Oh. Ich bin wieder... Peke-depe. Ich hab schon 500 Dietrich, also es ist so Dädrische Pfeile Die sind wertvoll Dädr Was? Wo? Wie? Wer? Au Ich hatte so ein Ziehen im Rücken, das tat ein bisschen weh Ich glaube wirklich, eine Tür hält mich auf Ich glaub's ja nicht Es geht noch, auch Torwalds Gap Toll Was hat's eigentlich mit diesem Torwald auf sich? Jetzt hab ich nur Torwald, Torwald hier, Torwald Blalalala Ist ja ja schon keine Parenzia folgen mehr Schade Oh Gott sind das viele Geh mal rüber und mach Spaß Oh Gott, das Gieber Ah, ich geb von oben Deckung Ich muss mehr, ich muss schneller schießen können Wer ist da? Das hätten wir geschafft Treffer? Jetzt kommen die Ratten Oh Gott, die sind schnell Alter, die hat's alle weggebashed mit einem Schoss Da hinten sind noch so viele Ich geh lieber in den Nachkampf Ist mir leichter Ich bin natürlich voll overskilled Für die Alter, seht euch die ganzen roten Punkte an Alter Das ist tatsächlich eine Truhe Hinter dem Wasserfall Da muss was Geiles drin sein Hey, tatsächlich Ist gar nicht mal so übel Kann man alles mitnehmen Hier Hier Oh Was hat sterben? Kämpft es sich gut Ja Sagtest du euch schon dreimal 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 drei mal drei Um genau zu sein Es werden sicherlich einige Nochmal von vorne anfangen Bei Down God Und dort wo ich sie zum ersten Mal getroffen hab Und wahrscheinlich nochmal fragen Und jedes Mal zählen Wenn sie sagt Mit euch kämpft es sich gut Und mir dann an dieser Stelle Nochmal das Die richtige Zahl sagen Was hab ich gerade gesagt? Ja, auf zu schreien Das tut man nicht Ich glaub da war verunsichert Oh, die haben also tolle Sachen dabei Sollte man also nicht Ah, wir sind auf der anderen Seite Gut Oh, nicht gut Wer ist da? Oh 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 Der ist ja immer noch weg Aua Wer schießt'n da? Sag mal Sag mal Wo bist'n du? Ach da Du versteckst dich einfach Ich befind'n mich in Gefahr Und du versteckst dich einfach Das gibt's doch gar nicht Geht's da weiter? Nein, da ist ein Weg Da ist ein Weg Hier ist ein Weg Hier ist ein Weg Oh Gott Ich hab'n Film Ich hab'n Gedanken Ja, da ist es ja auch schon 21 oder 27 Ja, kann man's schon erwarten Ich liebe Kommentare Ich freu' mich immer wenn ich positive Resonanz kriege. Ich hoffe, ich stütze nicht. Mich nerven solche Fallmergebiete. Oh Gott. Deswegen laufe ich jetzt einfach mal einen Schnelldurchlauf durch. Hier ist ein anderes Gebiet. Die andere Seite. Genau, dann geht es hier rechts ab. Den Weg habe ich gesehen. So, speichern. Wir haben Fortschritt. Also die Ampose ist gut. Sie dient praktisch als Torwartscrossing. Sie dient praktisch als Schnellfeuergewehr. Hab sie so auf Anschlächer und dann kann ich auch direkt gerade schießen. Ich muss nicht... Kampf. Ich muss nicht... Ich muss nicht wie ein Bogen immer gespannt halten und langsam laufen. Sondern... Och Gott, was ist denn hier los? Ich sehe nichts. Schieß einfach mal Blitz ins. Hm, was denn... Ziemlich überraschend wäre. Ich hab den kaputt gemacht. Alter Schwede. Boah, was hat denn der alles dabei? Der war immer schwer gepanzert. Da hätte sogar ein Kampf länger gedauert. War so ein direkter Kampf. Redoran. Na ja. Ey cool. Ein Experten-Schloss. Direkt mit einem Schlag. Ein Fleur de Luz. Was ist denn das für ein Schwert? Sieht aber auch geil aus. Aber es ist schwach wie Sau. Könnte ich mir selbst basteln. Die Schlacht am Roten Berg. Das hat was mit... Äh... Morrowind zu tun, glaube ich. Zumindest mit dem Dunmeer. Über den großen Zusammenbruch. Äh... Weil die mal von Winterfest... So, das ist mit Winterfest da. Da ging's nicht weiter. Wer ist da? Öh. Mein Geist. Jetzt ist es weg. Hier spuckt's. Ich hab's das Gefühl, ich krieg immer mehr Geister zu sehen. Je länger ich im Spiel unterwegs bin, das ist nicht gut. Sovengarde erwartet dich. Ein Tagebuch. Hören Geräusche in der Dunkelheit. Alles erscheint viel lauter und es ist schwierig, bei den Schluchzen einzuschlafen. Matras hat zu... Hallo. Hallo. Ziniert inzwischen. Schon vor Hunger. Sagt, sie habe gesehen, wie ein weißer Elf uns aus der dunklen... ...Ecken des Tunnels angestarrt hätte. Und Schiene? Früher einmal Kampf... Einmal Kampfmaior und versucht, sie aufzuhalten. Außer, das sind nur Bruchstücke. Versuchte einem einen Sturz durch... ...den einigen... ...neinigen entfliehen konnten. Doch wir saßen diese... Wir saßen diesen Kreaturen in der Falle. Lalalalala... ...halten uns jetzt gefangen. Hoffnung auf Flucht aufgegeben. Nehme ich mal mit. Skelett zerfällt. Oh. Denn einer hat es ziemlich zerschissen. Serana spielt offenbar da hinten. Ah ja. Hier bin ich. Papier, der mit Feuer um sie wirft, das ist nicht gut. Typ hat sich geheilt. Wer ist da? Wer ist da? Mit euch kämpft es nicht gut. Hallo, wer ist da? Ja, machen wir mal so. Machen wir mal so. Ja, war's das. Sind wir wieder sicher? Mann ey. Immer diese Kampfgeschäuße. Ach nö. Das ist schon wieder ein Gegner. Wenn er sie voll kommt, dann durch anscheinend nicht. Gut, dann kann ich abspeichern. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Session. Bis dann. Bist du in der nächsten Session. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020